Die DTM bittet zum nächsten Tanz. Ein Motorsport-Klassiker steht auf dem Programm. Das Gastspiel auf dem Nürburgring. Das große Ziel rückt näher. Mike Rockenfeller schnuppert am DTM-Titel. So nah dran war er noch nie. Nach dem Sieg im fernen Russland reist der Audi-Pilot mit 27 Punkten Vorsprung auf Bruno Spengler in bekannte Gefilde. Der Nürburgring. Heimat von Team Phoenix und Rocky. Was soll da noch schief gehen? Klar freue ich mich auf dem Nürburgring. Das ist eine tolle Anlage, eine tolle Rennstrecke mit viel Tradition. Und ich bin da groß geworden. Von daher ist es was Besonderes. Aber auf der Strecke selber hilft das nicht. Da gehen wir ran wie jedes andere Rennen auch. Und von daher würde ich natürlich gerne da auch Erfolg haben, ob es mein Heimrenn ist oder nicht. Mercedes-Benz hat auf dem Moscow Raceway etwas an Boden im Titelkampf verloren. Speerspitze Gary Paffitt hat nun schon 37 Punkte Rückstand auf Mike Rockenfeller. Am Nürburgring muss ein Erfolg her. Der Brite sieht sich in der Rolle des Jägers. Das Kontrastprogramm zur vorigen Saison. Als ich die Meisterschaft letztes Jahr in der Mitte der Saison angeführt habe, konnte man sehen, wie schnell sich alles ändern kann. Wir geben weiter Gas und am Ende wird abgerechnet. Auch BMW hat noch alle Chancen, die DTM-Trophäe wieder nach München zu holen. Nach dem Dämpfer in Moskau will Bruno Spengler auf dem Nürburgring seinen Vorjahressieg unbedingt wiederholen. Und auch Augusto Fafus meldet sich im Titelkampf zurück. Der starke Auftritt in Russland stimmt optimistisch für das nächste Kräftemessen in der Eifel. Wir sind nicht weit weg von der Spitze. Kleine Änderungen können den Unterschied machen. Wir wollen mit einem guten Paket zum Nürburgring kommen. Im letzten Jahr hat BMW dort gewonnen. Wir sind also optimistisch, dort wiederzupunkten. Die Nähe zur legendären Nordschleife und den begeisterten Motorsportfans geben dem siebten Saisonlauf eine spezielle Würze. Den Nürburgring muss man einfach mögen. Das nächste DTM-Spektakel kann kommen. Das nächste DTM-Spektakel kann kommen.